Bereits beim Import können Sie alle Fotos eines Importvorgangs mit den gleichen Stichwörtern versehen. Lernen Sie hier, was Sie dabei beachten müssen. Wenn ich jetzt Bilder importiere, dann ist es ja so, dass diese Sachen meistens in irgendeinem Zusammenhang stehen. Also wenn ich jetzt von einem Shooting komme, dann kann ich davon ausgehen, dass die meisten Bilder, die ich auf der Kamerakarte habe, in irgendeiner Form zusammengehören. Das wird also irgendwie ein Auftrag sein oder eine thematische Arbeit oder auf einer Reise in ein bestimmtes Land oder irgend so was in der Art. Und da ist es natürlich dann sehr sinnvoll, gleich zu Beginn beim Importieren bereits mal grundsätzlich ein paar Stichwörter anzugeben. Ich mache das jetzt mal und gehe mal hier auf Importieren und hole mir mal hier über Quelle auswählen einen Ordner rein von Sachen, die ich noch nicht importiert habe. Da sind wir. Auswählen. Und das sind jetzt Fotos, die zusammengehören. Das ist einfach ein Nachmittag in Schloss Schirnbrunn in Wien bzw. im Schlosspark. Und da gibt es jetzt ein paar Sachen, die man beachten sollte. Man kann jetzt hier natürlich alles, was einem dazu einfällt, hier gleich reinschreiben in dieses Stichwortfeld. Dann werden diese Sachen mit importiert. Da sollte man aber ein bisschen aufpassen, bevor man da einfach Bedeutungsblödsinn reinschreibt. Denn hier muss man einfach schauen, wenn ich alle Bilder importiere, dann kann ich nur die Bilder pauschal mit Stichwörtern versehen. Also was ich hier eintrage, gilt immer für alle Bilder. Sozusagen der gemeinsame Nenner von allen. Und da sage ich jetzt mal einfach Austria. Ich mache das meistens auch teilweise in Englisch. Österreich, Wien, Schönbrunn. Und jetzt mit Schloss wäre ich schon ein bisschen vorsichtig, weil es ist nicht nur das Schloss drauf. Das wäre jetzt eigentlich das naheliegendste, weil das Palmenhaus gehört nicht zum Schloss zum Beispiel, das ich hier unten sehe. Und da sind ein paar Ansichten dabei. Hier ist Schloss auch nicht drauf. Das sind eher so allgemein verwendbare Sachen. Das heißt also, ich sollte mal jetzt hier an dieser Stelle aufhören. Die feinere Beschlagwortung, das sollte ich später erst machen. Ich importiere das jetzt mal. Schreiben wir hier noch meinen Copyright-Entwicklungseinstellung allgemein Nullwert. Das bleibt eh eigentlich immer auf dem letzten Stand stehen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann bleibt das immer auf diesen Presets, die zuletzt gewählt wurden, hängen. Das ist ganz angenehm. Und jetzt sage ich hier einfach importieren. Und dann gehe ich mal mit der Beschlagwortung ein bisschen weiter.